Liebe ZuschauerInnen, Sie reisen im popmoderner Großraum-Prosa. Eine Klimaanlage sorgt für Ihr Wohlbefinden, Ihrer Bequemlichkeit dienen. Überschriften mit Nackenstützen. Sätze mit verstellbarer Rückenlehne, verstellbar auch in den Nebensätzen. Hochklappbare Armlehne zwischen den Sätzen. Leseleuchte über jedem Absatz. Klapptisch in der Rücklehne des Vorsatzes. Große Tische bei Gegenüber-Satzgruppen. Regale für sperrige Fremdwörter im Innenraum und in den Einstiegssätzen. Große Abfallbehälter für überflüssige Syntax im Innenraum und in den Einstiegssätzen. Schiebezüren mit automatischer Öffnungshilfe für Sintzusammenhänge und selbsttätiger Schließung. Toiletten auf dem Gang nach dem Verdauen der popmodernen Großraum-Prosa. Ich wünsche gute Reise. Not für Nebens are die Flèche. Ich wünsche euch die Eise und die Flèche. Hier ist fertig. Jetzt ist es Gretchen, in die Flèche.